Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA San Andreas. In dieser Spezialfolge werden wir mal nicht zocken, sondern ich werde euch etwas über den nördlichen Teil des Staates San Andreas erzählen. Den Teil, den wir jetzt mit der Mission Yay Kaboom Boom freigeschaltet haben. Gleichzeitig gebe ich noch ein paar Infos zur inoffiziellen Fahne von San Andreas und zur Karte der USA, die ich ursprünglich für mein erstes GTA San Andreas Projekt, das Let's Walk Through, gemacht hatte. Auf dieser Karte seht ihr die drei Gebiete des GTA 3 Universums, also dem Spieleuniversum, welches die Spiele GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, aber auch GTA Liberty City Stories und GTA Vice City Stories umfasst. GTA 4 und GTA 5 spielen in einem anderen Spieleuniversum. Liberty City im Nordosten ist angelehnt an New York und besteht aus Portland, Staunton Island und Shoreside, also grob gesagt Brooklyn, Manhattan und New Jersey. Dann White City ist in Miami angelehnt und besteht aus der Insel Ocean Beach und White City Mainland. Und ja, die Namen der Städte bedeuten, also Liberty City, Stadt der Freiheit und White City, Stadt des Lastes. Ja und dann haben wir im Westen natürlich den Bundesstaat San Andreas mit drei Städten, nämlich Los Santos, Las Venturas und San Fierro. Alle vier Namen sind spanisch und bedeuten Heiliger Andreas, die Heiligen, Heiliges Eisen und die Unternehmungen. Also San Andreas, Los Santos, Las Venturas und San... Oh, ups, jetzt habe ich ein kleines Durcheinander mit der Reihenfolge gemacht. Also San Andreas, Heiliger Andreas, Los Santos, die Heiligen, Las Venturas, die Unternehmungen und San Fierro, Heiliges Eisen. Was es noch zu erwähnen gibt im Spiel, werden die Städte immer als Inseln dargestellt. Es wird jedoch impliziert, dass die Städte Festlandanschluss haben. Das heißt zum Beispiel die westliche Insel bei White City, White City Mainland, also Festland. Und deshalb können wir auch davon ausgehen, dass San Andreas nicht, also das Ganze keine Insel ist, sondern ebenfalls eigentlich an Festland grenzt. Obwohl im Spiel das nicht so ist, man ja da über den Meer fliegt. Da muss ich einfach vorstellen, dass es da noch weiter ging als Festland. Das Spezielle an GTI San Andreas war ja, dass es dieses Mal nicht nur eine Stadt zu erkunden gab, sondern gleich drei plus fünf Counties. Also Gebiete, die ländlich geprägt sind. Auch das gab es bei den Vorgängern nicht. Auf dieser Karte sind die Städte dunkelblau gefärbt, die Counties hellblau. Inspiriert wurde San Andreas vom realen Kalifornien und dem Staat Nevada. Los Santos ist Los Angeles nachempfunden, der zweitgrössten Stadt der USA, San Fierro San Francisco und Las Venturas Las Vegas. Vor allem die Wüstengebiete von Bone County sind dem US-Bundesstaat Nevada nachempfunden. Die Flagge des US-Staates Nevada ist blau und zeigt ein Emblem, auf welchem einerseits Battleborn, also in der Schlacht entstanden, steht, sowie der Name Nevada. Die Flagge von Kalifornien zeigt einen Bären mit dem Text California Republic und einem roten Stern oberhalb und einem roten Streifen unterhalb des Bären. Ich habe nun für meine Fahne von San Andreas eine Mischung aus beiden Flaggen gemacht. Statt California Republic steht San Andreas Republic und die Farbe des Streifens und des Sterns ist blau. Der Stern bildet zugleich der Stern aus dem Emblem von Nevada und statt Battleborn steht Desertborn, also in der Wüste entstanden, geboren besser gesagt, und statt Nevada steht Bone County. So, nun möchte ich euch noch etwas über das Gebiet erzählen, das wir nun freigeschaltet haben. Im Norden, das große Gebiet. Dieses Gebiet war ursprünglich von Indianen besiedelt, höchstwahrscheinlich Stämme der Pueblo-Indianer, die man heute noch im Südwesten der USA findet. Die Siedlungen der Indianer waren hauptsächlich im Westen des Gebietes, da im Osten die unwirtliche Wüste war und es gab mit Sicherheit ein grösseres Dorf, dessen Name nicht bekannt ist. Schließlich kam es zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert zu einer Kolonisation des Gebietes durch die Spanier. Die Spanier brannten das Indianerdorf nieder und gaben ihm den Namen Aldea Malvada, was böses oder schlechtes Dorf bedeutet. Die Spanier gründeten im Süden dem Gebiet, das sie San Andreas nannten, die Städte San Fiero und Los Santos und im Norden die kleineren Siedlungen El Quebrados, das Gebrochene, Las Barrancas, die Schluchten, Las Pallasadas, die Mätzchen oder der Unfug und Las Brujas, die Hexen und schließlich Las Venturas, die Unternehmungen. Das Gebiet westlich der Wüste nannten die Spanier Terra Robada geraubtes Land, da sie es den Indianern entnommen hatten. Terra Robada ist vermutlich ein Wortspiel mit Sierra Nevada. Als Mexiko 1821 unabhängig wurde, kam das Gebiet von San Andreas und Terra Robada an Mexiko und nach dem mexikanisch-amerikanischen Krieg von 1846 bis 1848 schließlich zu den USA. Die USA gründeten zusätzlich die Hafenstadt Bayside ganz im Westen, sowie das Fort Carson im Südwesten der Wüste, die sie Bone County nannten. Las Buchas wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu einer Geisterstadt. Fort Carson war der Verwaltungssitz von Bone County und der eigenständigen Terra Robada und der Status des Gebietes rund um Fort Carson war nicht ganz geklärt. Kulturell gehörte es zum Bone County, das nach Bau einer US-Basis und nach Erdölfunden rasch einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Historisch war es jedoch noch Teil der Terra Robada. 1931 bis 1935 wurde der Sherman Damm gebaut, dessen Reservoir oder Stausee einen Teil des Gebietes überflutete. Nun wurde der Teil östlich des Stausees von der Terra Robada abgetrennt und in Bone County angegliedert. Las Venturas wurde mit dem Strom des Sherman Dammes gespeist und entwickelte sich zur Spielerstadt und dehnte sich nach Süden und Westen aus. So entstanden die drei Gebiete im Norden, Terra Robada im Westen, dann Bone County und Las Venturas. So, ich hoffe dieses kleine Intro hat euch Spass gemacht und ihr könnt unsere nun folgenden Touren durch diese drei Gebiete auch geniessen. Und tschüss! So, ich hoffe dieses kleine Gebiete auch geniessen.